Jeder Mann hat einen Traum, jeder Mann hat Fantasien und jeder Mann hat eine Vorstellung von der perfekten Frau. Wann kapierst du es endlich? Wovon redest du überhaupt? Hast du vielleicht irgendwann schon mal daran gedacht, Mädchen nicht nur aufgrund ihres Aussehens auszuwählen? Doch ein Mann ist rauf und ran, eine völlig neue Perspektive zu entwickeln. Hey Larsen, ich werde dir einen großen Gefallen tun. Wirklich? Von diesem Moment an wirst du, wenn du eine Frau kennenlernst, nur noch die innere Schönheit sehen. Komm schon! Was machst du denn da? Ich rette dich! Wovor? Wovor? Ich habe ihm die Fähigkeit gegeben, die innere Schönheit zu sehen. Das Herz. Die Seele. Er hat dich hypnotisiert. Willst du sagen, dass all die hübschen Mädchen, die ich kennengelernt habe, in Wirklichkeit gar nicht hübsch sind? Herr Larsen verabredet sich mit einer Vision, die nur er sehen kann. Oh, da ist sie. Das ist Rosemary. Wo? Da hinten. Steht sie hinter dem Pottwahl? 20th Century Fox präsentiert. Hast du noch nie den Spruch gehört, Schönheit liegt im Auge des Betrachters? Und kennst du nicht den Song, Wer hat die Elefanten rausgelassen? Gwyneth Paltrow. Au! Jack Black. Alles in Ordnung? Gehirnvereisung. Jason Alexander. Lass mich in Ruhe, du Loser. Pssst. Das macht mich so an. In einer Komödie von gigantischen Ausmaßen. Oh. Was? Soll ich's wirklich tun? Soll ich wirklich ne Arschbombe machen? Hey, Billy, bleib in der Nähe der Leiter. Schwer verliebt. Billy? Billy? Billy! Daddy! DD کی? Billy! HEX WEBLY! HEX ARE伊 HEX HEX Untertitelung des ZDF, 2020